Okay, ich habe mich schon lange nicht mehr so auf ein Haul gefreut und vor allen Dingen auf ein Try-On Haul. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich, denn... Ah, pass auf. Also, ich muss kurz ausholen. Erstmal, stopp, nein. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufwundern kann. Es ist 7 Uhr. Ich habe ein sehr dezentes Make-up für 7 Uhr im Gesicht. Aber es hat einen Grund, denn ich muss gleich wieder zum Flughafen zurück. Wir drehen nämlich, wenn ihr das Video gesehen habt, ist das schon passiert. Wir haben die XXXXL-Kampagne für dieses Jahr gedreht. Da freue ich mich sehr drauf und ich bin nochmal zurückgekommen, weil ich einfach noch dieses Video aufmachen wollte und ein paar Sachen hier vorbereiten muss. Kurz vor der Hochzeit ist natürlich super viel los. Aber, und ich bin so froh, dass ich die Sachen bestellt habe, denn ich habe hier Produkte drin, die mir bei meiner Hochzeit definitiv das Ganze sehr einfach machen werden. Und ich dachte mir, ich zeige es euch einfach. Wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Ich habe alle Produkte außer eines bei LookFantastic gekauft. Ihr kennt ja meinen Code. Mit dem spart ihr immer das Maximum auf so viele Produkte bei LookFantastic, was nur möglich ist und selbst wenn schon was reduziert ist. Der Code gilt dann immer on top. Einfach unten am Ende eingeben und ihr spart das meiste, was geht. Wir starten direkt mit dem ersten und das ist ein Volltreffer gewesen. Ich habe das gesehen. Also bei LookFantastic ist es so, da kommen manchmal Produkte schon vorab. Und dann sieht man demnächst verfügbar. Und ich habe das letzten Monat schon gesehen und habe das auch bei Trendmood gesehen. Und zwar von Sol de Janeiro. Ihr wisst, glaube ich, hoffentlich, dass ich ein sehr, sehr großer Sol de Janeiro Fan bin. Und die haben jetzt eine Lichtschutzfaktor-Rage rausgebracht. Und da war ich so ein bisschen skeptisch. Also die Boom Boom Cream, top. Die Parfums, phänomenal, habe ich gleich noch. Was für euch. Jetzt haben sie halt Lichtschutzfaktor rausgebracht. Und ich habe mich für diesen Sprayer entschieden. Und Trust & Believe, das ist Magie. Das ist der Rio Radiance SPF 50 Body Spray Cherosa 87 Fragrance. Also 87 ist das Gelbe. Das ist ein Lichtschutzfaktor. Und das Spannende ist, der hat keine Aerosole mit drin. Also ihr kennt ja diese Sprays, beispielsweise das hier von Garnier. Das hat diese Aerosole mit drin, die dafür sorgen, dass das Produkt aus dieser Verpackung rauskommt. Das ist hier nicht mit drin. Und ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, aber das ist da nicht mit drin. Und da dachte ich schon, hm, wir sollen das Produkt rauskommen. Das ist natürlich eine Spraydose. So, und jetzt pass auf. Hier sind 200 Milliliter mit drin. Fertig. Fertig. Dieser Duft, hm, diese Kombination aus der 87, die ja eh schon so ein bisschen nach Sonnencreme riecht. Und dann dieser Sonnencreme da drin. Spektakulär. Es ist so ein leichter Glow. Der zieht gleich ein. Und dann ist das fertig. Ich bin neulich mit Danny die Runde gelaufen und habe mir das aufs Dekolletier gesprüht. Fertig. Sieht jetzt noch ein bisschen viel aus. Das muss ich natürlich kurz einziehen. Aber dann ist das spektakulär. Und es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt keine Ausreden mehr, seinen Körper nicht einzucrehen. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch so eine Maus. Ich vergesse es manchmal, beziehungsweise tue so, als würde ich es vergessen haben, den gesamten Körper mit Lichtschutzfaktor einzusprühen. Das ist natürlich total kontraproduktiv, wenn mein Gesicht hier mit Sonnencreme benetzt ist und danach halt nicht mehr. Das ist spektakulär. Es stinkt nicht. Es riecht spektakulär gut. Also es riecht einfach wie ein Parfum mit Sonnencreme. Ähnlich wie Nivea Sun, wie Solare von Larive. Und es hinterlässt einfach kein komisches Gefühl auf der Haut. Ihr könnt das so ein bisschen verteilen, dann geht der Glanz natürlich auch weg. Aber ihr habt den Lichtschutzfaktorschutz mit drauf. Spektakulär. Sol de Janeiro ist ein bisschen teurer. Aber ganz ehrlich, wenn ihr jetzt vielleicht zum Sommer in den Urlaub fahrt, packt das in eure Tasche. Raufsprühen. Und ihr könnt das halt immer wieder so schnell reapplizieren, ohne dass ihr euch eincremen müsst. Ich habe es hier an meinem Arm ja jetzt nicht verteilt. Es ist eingezogen, es ist weg. Die Haut ist geschützt. Und der Duft. Ich bin ja Mitte Juni für eine Kampagne in Mallorca. Und ich weiß, dass ich das mitnehmen werde. Das ist... Ich wusste, dass ich es lieben werde, aber ich wusste nicht, wie sehr ich es lieben würde. Liebes Sol de Janeiro Team, bitte das hier fürs Gesicht. Also das ist ja toll. Aber das ist halt teuer. Ich glaube, diese kleine Dose von Garnier kostet mittlerweile 10, 11, 12 Euro. Das liegt so um die 30, 40, aber ihr habt hier auch das Fassers Dreifacher mit drin, ohne diesen weißlichen Film, ohne dieses super, super Speckige. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Dieser Duft ist eh spektakulär. Wir bleiben gleich, glaube ich, beim Duft. Wir kommen natürlich aber auch gleich zum Make-up, weil das... Ich habe einen neuen Favorite Blush gefunden. Ihr wisst es, ich bin absoluter Sol de Janeiro Junkie geworden. Ich habe schon so viele Düfte davon. Den klassischen, dieser Boom Boom Cream Duft in dieser orangenen Verpackung, den After Midnight in dieser lilanen Verpackung. Und dann habe ich mir im letzten Monat diese Boom Boom Cream mit der 59 gekauft. Und ich habe mich in diesen Geruch verliebt. Und ich sage ja immer, es ist so schön, wenn man diese Duftkombination hat. Also du cremst dich erst ein mit dem Produkt und dann kannst du das Parfum oder den Bodymist nochmal benutzen. So, und ich habe mir diesen Oschi hier bestellt. Die 59 in... Wie viel sind hier drin? Fast eine halbe Liter gefühlt. Doch hier, 240 Milliliter. Mh. Mh. Riesen-Oschi. Sehr blumig. So ein bisschen pudrig, würzig. Vanille, Orchidee, Sandelholz und eine gezuckerte... Veilet ist, glaube ich, Stiefmütterchen oder so. Irgendeine Blume, irgendeine gezuckerte Blume. Spektakulär. Liebe ich den Duft sehr, habe ich natürlich zur Ergänzung geholt. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, dass es so groß ist. Weil das... Also Sol de Janeiro ist halt im Verhältnis zu anderen Düften wirklich günstig. So, und dann habe ich den Code angewendet, habe nicht gecheckt, dass... Also ich benutze den Code ja selber. Dass das so groß ist. Die anderen sind, glaube ich, so bei 130 Milliliter oder so. Mag ich sehr gerne. Aber ich hatte mir auch, weil ich einfach alle einmal testen wollte, das hier gekauft. Das ist dieses Discovery Set. So, da sind fünf Düfte drin. Den 62er, den kannte ich schon. Das ist dieser klassische Bum-Bum-Cream-Duft, der einfach nach Pistazien, nach gesalzenem Karamell und Vanille riecht. Wir haben aber noch vier andere, beziehungsweise die 59 kannte ich ja auch. Wir haben aber noch die 87. Und das ist derselbe Duft wie hier drin. Und der ist... Das ist der gelbe hier. Ich hole es mal raus. Erstmal, das sieht ja schon sehr süß aus, oder? Und der riecht nach Tuporose, Kokosnuss und warmen Sand. Kokosnussmilch, Entschuldigung. Der riecht wie Sonnencreme. Aber nicht so nach Sonnencreme. Dieses Sonnencreme hat ja manchmal so einen bitteren Geschmack im Mund, vom Duftfeeling her. Sehr sommerlich, sehr leicht. Die Kokosnuss kommt da sehr stark raus, wie ich finde. Also die hätte ich sogar fast an erster Stelle gesetzt. Spektakulär gut. Die 6 von 68. Das rosa, ne? Ich will es nicht sagen, aber es riecht sehr, 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 sehr nach der französischen Glasbläserei in Rot. Ich glaube, es wurde inspiriert von einem Duft, wo man nicht sagen darf, dass es danach riecht und den ich nicht so gerne mag. Bin ich ehrlich, ne? Also das ist nicht mein Favorite. Das hat wieder dieses... Ich finde es ganz spannend, weil sie diese eine DNA des Duftes als Meeresluft bezeichnen. Und ich verstehe es. Es hat so ein bisschen was Salziges. Dieses würzige, dieses herbe, salzige kommt hier auf jeden Fall mit durch. Das ist krass, ja. Das ist so lustig, wenn man es liest und dann merkt man es. Also es riecht nach Salz, nach Drachenfrucht. Es riecht wie Rot 360 oder 860 oder so. Sehr, sehr ähnlich. 82, das kennen wir. Das ist der klassische Bum-Bum-Duft. Pistazie, gesalzenes Karamell und Vanille. Perfekt. Perfekt für unterwegs. Und wisst ihr, was ich an Sol de Janeiro so mag? Das ist so, das ergibt mir so ein bisschen Victoria's Secret Body Mists Vibes. Aber auf einem anderen Level. Auf einem luxuriöseren Level. Obwohl die so günstig sind. Und diesen Duft. Es gibt niemanden, der es schafft, diese Düfte 1 zu 1 genau so zu machen. Und einfach, einfach toll. Aber, und das war der Volltreffer für mich, ist auch die 40. Dieses Pinke. Wir haben schwarzen Amber, Vanillehölzer und Moschus. Und wisst ihr, woran mich der erinnert? Hier ran. Erinnert ihr euch? Vor zwei Jahren hat Trended Up aus diesem Adventskalender diesen Body Mists rausgebracht. Ein echtes Christmas Must Have. Es riecht fast genauso. Und das freut mich natürlich sehr. Weil, das gibt es nicht mehr. Und ich habe mir das aufgehoben. Das ist mein Sample für irgendwann. Ich möchte irgendwann mal so ein Parfum rausbringen. So, brauche ich jetzt nicht mehr. Hat sich erledigt. Weil, gibt es schon. Spektakulär. Und du kannst die alle miteinander mischen. Du riechst nicht wie... Weiß ich nicht, wie Douglas. Sondern du riechst einfach fruchtig und holzig und sommerlich. Sol de Janeiro ist für mich die Sommerduftmarke. Weil das nicht zu schwer ist. Und die Düfte, die sie verwenden, so frisch und gemütlich sind. Ich hatte gestern den gelben mit dabei. Ich habe einen Flieger. Kannst du ja mit reinpacken. Hier sind 30ml drin. Also, wenn ihr die Düfte noch nicht kennt, das Discovery Set lohnt sich halt. Und 30ml. Die halten gut, die Düfte. Die halten gut. Macht mich sehr stolz. Ich habe nur ein kleines Problem. Auf meiner Duftreise... Auf aller Freunden. Ich würde euch so gern schon so vieles erzählen. Okay. Auf meiner Duftreise habe ich natürlich sehr, sehr viele Parfums mir zugelegt. Einfach, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich habe mir jetzt auch einen Kurs gebucht, wo ich nochmal ganz genau Dinge lerne über verschiedene Komponenten und so. Dass ich einfach auch nochmal ein bisschen fundierteres Wissen habe. Außer, es riecht gut. Und das macht mir einfach sehr viel Freude gerade. Aber das hier ist natürlich toll. Aber ich glaube, ich brauche jetzt langsam ein Parfumschränkchen oder so. Seid ihr bereit fürs Make-up? Wir hüpfen einmal kurz zum Make-up. Wir haben aber noch wirklich mehr. Also, ich habe hier echt noch einiges. Wir gehen einmal kurz zum Concealer. Denn L'Oreal hat in Frankreich bis jetzt schon und ich glaube in UK auch und es kommt dann mit Sicherheit auch irgendwann zu uns, vielleicht, wenn wir Glück haben, den L'Oreal Accord Perfette Concealer rausgebracht. Es steht alles jetzt... Achso, hier steht es auf Englisch drauf. Den True Match Concealer rausgebracht. Der ist passend zu dieser Serum Foundation. Radiant Serum Concealer 1,5% Hyaluronsäure und Koffein. Ich kann mir vorstellen, dass L'Oreal sich dieses Füßchen wieder patentieren lassen hat. Denn ihr habt so ein richtig flaches Füßchen. Und der Concealer ist ganz spannend. Ich habe ihn mir in der Farbe 3R bestellt, Light Medium. Der ist sehr, sehr flüssig, sehr leicht, aber trotzdem gut deckend. Also, das kann ich mir vorstellen, ist ein Concealer, falls ihr vielleicht texturiertere Haut unter den Augen habt, vielleicht ein paar Fältchen oder so, dass der sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, Claudi hat ihn auch schon getestet. Und Claudi hat gesagt, dass er, das war ein ganz spannendes Wort, nicht nennenswert, in die Fältchen gerutscht ist. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für mich ein bisschen zu wenig Deckkraft. Ich habe ihn zweimal aufgebaut und dann bin ich zu diesem Ergebnis gekommen, was auch völlig ausreicht. Und das ist das Schöne bei Look Fantastic. Ihr kriegt da halt Produkte, die es jetzt hier noch nicht gibt. Kriegt die dort schon und dann halt auch noch ein bisschen günstiger. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dafür habe ich es dann auch benutzt, um vor allen Dingen so ein bisschen hier einfach zu korrigieren. Denn dadurch, dass der so leicht ist, kannst du ja einfach den immer wieder aufbauen und auch auf die Haut geben, wenn du vielleicht noch keine Foundation drauf hast. Einfach um so ein paar Punkte zu kaschieren, um das Hautbild ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Dafür fand ich ihn sehr, 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 sehr gut. Aber, und jetzt, da müssen wir einmal drüber reden, weil damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist kein neues Produkt, aber jetzt halt neu bei Look Fantastic gewesen. Deswegen habe ich es mitbestellt. Von meiner guten Freundin, der Natascha Denona. Die hat ja diese My Dream Kollektion rausgebracht. Also so Produkte, die sie für sich gemacht hat, weil es ihre Traumfarben waren. Unter anderem den My Mini Dream Blush. Kommt in dieser Verpackung wirklich eines der günstigeren Produkte von Natascha Denona. Und was für eine wunderschöne Farbe. Wenn ihr es genauso leid seid wie ich, diese extremen Blushes zu haben. Pink und Orange und Lila und was weiß ich. Das ist ein trauriger Sad Beige Blush. Aber nicht so traurig, sondern so farblich, so passend, dass du den auch so, da habe ich es jetzt eben gemacht. Ich habe den einfach so ein bisschen hier hingegeben, wo ich auch meine Kontur hingeben würde. Weil der einen sehr hohen Blauanteil, einen sehr kühlen Anteil hat, der niemals zu viel wird. Da kannst du eine Stunde aufbauen und du hast nicht zu viel Blush mit drauf. Der ist nicht so stark pigmentiert, der ist sehr erwachsen. Das ist meiner Meinung nach einer der erwachsensten Produkte, die ich kenne. Von Natascha Denona. Zwei Farben Blushes. Kannst du natürlich auch mischen. Und matt. Und wenn du möchtest, mischst du dir einfach den Highlighter da mit rein. Oder, so wie ich es gemacht habe, ihn punktuell eingearbeitet. Ein ganz, 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 ganz toller Ton. Sehr reduziert. Lässt sich gut aufbauen. Den kannst du auch so ein bisschen über das gesamte Gesicht geben. Für so ein bisschen Farbe, dass das Leben wieder zurück ins Gesicht kommt, wenn man eine sehr deckende Foundation benutzt hat. Aber einfach nicht so laut und nicht so schrill. Ganz, 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 ganz toll. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Schönes Feeling auf der Haut. Natascha Denona. Da brauchen wir nicht, das ist, da, da, also ich habe noch nie einen Flop von Natascha Denona gehabt. Noch nie. Habt ihr mal einen, wirklich, wirklich einen Flop bei Natascha Denona gehabt? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wir bleiben gleich bei Natascha, denn passend zu diesem Blush gibt es natürlich auch die Lidschattenpalette. Die My Mini Dream Palette. Fünf Farben sind mit drin. Also das ist ja wirklich eine spektakuläre Farbzusammenstellung. Hätte auch Maxim Giacomo draufstehen können. Reduziert, erwachsen, sehr, sehr gut pigmentiert. Pugmentiert. Mir ist der Ton hier schon fast zu stark pigmentiert, um ihn als Lidschatten zu benutzen. Ich habe ihn dann sehr, sehr leicht aufgetragen, um ihn so ein bisschen als Verdunklung oder auf die Wasserlinie. Ich habe das vor zwei Stunden gemacht, das Make-up. Ist immer noch auf der Wasserlinie. Schimmertöne, cremig, leicht. Wir haben jetzt nicht diese besonderen Natascha Denona Texturen mit drin, die ja so ein Hybrid aus Creme und Puder sind. Das sind die klassischen Puder Texturen. Aber klassisch ist halt nicht schlecht, ne? Also ihr habt... Alter Schweder. Das ist schon fast nass. Das ist fast nass, diese Farben. Sehr pigmentiert. Langlebig. Es reicht ja auch, wenn du die eine Farbe davon aufträgst. Also, ne? Das ist ja jetzt schon sehr viel. Ich dachte, komm, Maxim, heute gibst du mal ein bisschen Gas wieder. Machst du mal ein bisschen was Schöneres ins Gesicht. Tolle Palette im Preis-Leistungs-Verhältnis. Natascha Denona, ja. Auch hier, ne? Ist ein bisschen teurer. Aber, erstmal, ich sammle diese kleinen Mini-Paletten und die hat mir jetzt auch noch gefehlt. Und die sind halt einfach gut. Gerade, wenn man vielleicht im Alltag einfach überfordert ist von so einer großen Palette. Dann sind diese kleinen 5er, 6er Paletten einfach immer perfekt. Du hast immer eine Auswahl mit dabei. Du kannst eine Farbe benutzen. Du kannst die alle Farben miteinander kombinieren. Und das ist, glaube ich, eine meiner Liebsten jetzt von Natascha, von diesen Mini-Paletten. Weil sie einfach so vom Farbschimmer nicht zu warm, aber auch nicht zu kühl ist. So ein genaues Ding dazwischen. Wir gehen noch einmal kurz zu Skincare rüber. Ich habe ein Produkt wieder nachgekauft. Mittlerweile das vierte oder sogar fünfte Mal schon von The Ordinary. Dieses pinke Serum. Soothing and Barrier Support Serum mit Lipiden, Vitamin und Phytotechnologie. Das ist dieses pinke. Ich lasse das jetzt zu, weil ich habe noch eins. Das ist noch halb voll. Möchte ich auch nicht mehr drauf verzichten. Deswegen kaufe ich es auch immer wieder nach. Genauso, wie ich das jetzt das zweite Mal nachgekauft habe. Und zwar ist es aus der Haarpflegelinie oder Haarpflegerei von The Ordinary. Das Multi-Peptide Serum für Haardichte. Ein konzentriertes Serum für Haar, welches dicker, voller und intensiver aussieht. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, dass... Also, bin ich ehrlich, ich kann jetzt nicht sagen, das hat mir die Haare gerettet. Aber die Kombination aus dem, dem Minoxidil und einfach einer sehr reduzierten Haarpflegeprozedur mit weniger Produkten. Ich style sie weniger. Ich wasche sie weniger. Habe ich wirklich... Ihr seht das ab und zu, dass hier dieses Gelump langsam wiederkommt. So ganz, ganz kleine, pupselige Haare, die sehr dünn sind noch. Und das habe ich durch diese Reihe einfach hinbekommen. Und so kann ich mir vielleicht echt noch, mein Gott, ich hätte es nicht gedacht, noch ein bisschen Istanbul weiter aufschieben. Und das habe ich nochmal mitbestellt. Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Das ist das Hyaluronsäure plus B5 Serum. Das erinnerte mich sehr stark an das von La Roche-Posay. Auch vom Feeling auf der Haut. Es wird ein bisschen klebrig. Ich würde das nicht unbedingt vor dem Make-up benutzen. Also das ist etwas, wo ich sage, nee, das ist mir zu klebrig. Und die Chance, dass es diese Würstchen unter dem Make-up macht, ist mir da zu hoch. Deswegen benutze ich das jetzt einfach nochmal abends. Ich habe es jetzt auch schon benutzt. Ein schönes, volles Gefühl. Ihr wisst es, ich benutze immer ein Thermalwasser in Kombination mit dazu. Und dann kann es einfach tiefer in die Haut penetrieren. Und B5 beruhigt natürlich auch nochmal ein bisschen. Also The Ordinary muss ich sagen, ich finde es ganz spannend, weil The Ordinary sehr, die werden jetzt so ein bisschen mutiger. Vorher hatten wir immer so Wirkstoff, Wirkstoff, Wirkstoff. Und das hat viele vielleicht einfach ein bisschen verwirrt. Und jetzt kombinieren sie einfach Wirkstoffe, die viel anwenderfreundlicher sind. Und womit man einfach viel bessere Erfolge erzielen kann im einfachen Gebrauch, wenn man kein Profi ist, wie wir alle ja sind. Deswegen gefällt mir das sehr gut. Ein Produkt, was ich jetzt noch neu habe, das habe ich nicht bei Look Fantastic bestellt. Das teste ich gerade. Das ist dieser Milky Toner. Ich habe ihn heute einmal aufgetragen, hat mir vom ersten Eindruck her sehr gut gefallen. Muss ich jetzt aber einfach nochmal testen. Und ihr kennt ja diesen Dreamcoat von Color Wow. Ist ja das Produkt des Jahres gewesen. So und jetzt habe ich mir das hier bestellt, weil ich benutze ja immer so ein Volumen Puder. Und das Problem bei diesem Volumen Puder ist, dass die Haare einfach so strohig werden. Die werden so richtig, richtig trocken und es saugt so das Leben aus den Haaren raus. Du hast Volumen, aber halt so ein fahres. Es sieht einfach sehr rau aus, das Haar. Und jetzt habe ich mir das hier gegönnt. Das ist schon ein bisschen teurer gewesen, aber hier sind auch 262 Milliliter mit drin. Das ist schon eine Menge. 198 Gramm. Style on Steroids. Performance Enhancing. Texture und Finish Spray. Das Wort kann ich hier nicht sagen. Texture und Record Setting Results. Non-stiff, non-sticky. Hold with thermal protection. Das ist ein Volumen Spray. Das machst du dir auf die Haare. Dann fönst du die Haare an. Durch die Hitze wird das Ganze ein bisschen aktiviert. Und das hinterlässt so ein seidiges Gefühl auf den Haaren. Also ich kann es jetzt glaube ich nicht reinspringen. Die Haare fühlen sich so ein bisschen glatt an. So ein bisschen ähnlich wie dieses Elnett Haarspray. Aber halt mit Griff. Also das gibt einfach Griff. Und wenn du jetzt einmal durchfönst, durch die Hitze wird das aktiviert irgendwie. Hat mir gestern gut gefallen. Hat auch sehr, sehr gut gehalten. Und die Haare sehen danach einfach nicht platt aus. Es reicht ein kleines bisschen vielleicht an den Ansatz. Das teste ich aber nochmal aus. Und gerade bei diesen teureren Produkten lohnt es sich natürlich immer mit einem kleinen Rabatt. Also schaut unbedingt einmal bei Lookfantastic vorbei. Das war wirklich glaube ich einer meiner liebsten Hauls. Absolut spektakuläre Produkte. Gerade das hier. Ach nee, komm alles. Eigentlich wirklich alles. Ich bin gespannt was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja eins dieser Produkte auch schon getestet. Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Ich freue mich auf eure Nachrichten und Kommentare. Für mich geht es jetzt gleich zum Flughafen. Bis zum nächsten Mal.